Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Und zwar heute geht es um Franchise-Konzepte ohne Personalbedarf, denn ich merke es an meinen Aufrufzahlen, zum Beispiel in YouTube, solche Franchise-Konzepte ohne Personalbedarf, die werden viel geklickt, wenn zum Beispiel ohne Personal oder ohne Mitarbeiter schon im Titel erkennbar ist. Also da ist ein Bedarf in unserer Gesellschaft zu spüren, zumindest mal, sage ich mal, in der Online-Gesellschaft, wo ich es ja nachfassend tracken kann. Und viele Menschen möchten sich selbstständig machen, aber offenbar am liebsten allein. Und warum, da komme ich gleich dazu. Und diesen Menschen, dem möchte ich eine Übersicht geben, eine Liste mit Gründungsmöglichkeiten, mit Geschäftsideen, nur Geschäftsideen, die man ohne Personal starten kann und trotzdem natürlich seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ganz klar. Auch wenn man danach Personal aufstocken kann, um größer zu werden, aber diejenigen, die gerne ohne Personal starten möchten und vielleicht auch auf Dauer ohne Personal bleiben möchten, denen möchte ich eine Liste geben. Die Frage an euch ist, sollte euer Franchise- oder Lizenzkonzept auf dieser Liste stehen? Dann schreibt mir. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich habe mich mal ein bisschen kundgetan zu dem Thema, um das auch ein bisschen besser greifen zu können, wenn offensichtlich die Videos in YouTube ganz gut ziehen, die ohne Personal, ohne Mitarbeiter irgendwie im Titel oder im Thumbnail erkennbar haben. Das wird geklickt, da scheint ein Bedarf zu sein. Und laut dem Statistischen Bundesamt sind zumindest 2022 3,8 Prozent der Erwerbstätigen ohne Mitarbeiter unterwegs gewesen. Und das offenbar aus unterschiedlichen Motiven heraus, wie ich das auch bei meinen Franchise-Nehmer-Gesprächen für YouTube feststellen konnte. Das werde ich zwischendurch mal einfließen lassen. Aber ich habe so acht, neun Motive, die sich herauskristallisieren, warum Menschen ohne Personalbedarf gerne gründen möchten, ohne Mitarbeiter führen zu müssen oder auch Mitarbeiter finden zu müssen. Und der erste Punkt ist die Kostenersparnis. Mitarbeiter bedeuten zusätzliche Kosten wie Gehälter, Sozialabgaben, Versicherungen oder andere betriebliche Ausgaben. Und manche möchten diese zusätzlichen finanziellen Belastungen vermeiden. Dadurch müssen sie auch vielleicht weniger Aufträge akquirieren. um diese Mitarbeiter zu beschäftigen. Und das ist eng verknüpft mit dem zweiten Punkt, Risikomanagement. Das passt einfach zu Kostenersparnis und weniger Vertrieb erfolgreich machen zu müssen, um alle Beschäftigten bezahlen zu können. Die Beschäftigung von Mitarbeitern, die kann das Risiko erhöhen, insbesondere wenn die Einnahmen schwanken, wie zum Beispiel Saisongeschäft, so im Handwerk, draußen, im Freien. Und das finanzielle Risiko, das gering zu halten, das ist da manchmal ein starkes Motiv. Zum Beispiel hat mir das erzählt Michael von Steinfresh. Dem habe ich gesagt, warum One-Man-Show? Warum bist du so klein gestartet und heute auch noch so klein? Nur mit gelegentlichen 450 oder 520 Euro Arbeitskraft, die ihn unterstützt bei sehr großen Flächen, die er reinigt. Und er sagt mir, naja, ich wollte halt das Risiko gering halten. Ich wollte nicht Vertrieb machen müssen, erfolgreich sein müssen bei der Kundenakquise, um diesen Mitarbeiter zum Beispiel auch durch den Winter irgendwie durchfüttern zu müssen. Interessant ist, dass das Statistische Bundesamt schreibt, Solo-Selbstständige hätten ein höheres Risiko. Einerseits, weil sie sich meist in der Anfangsphase des Unternehmensaufbaus befinden und andererseits, weil Arbeitsausfälle nicht kompensiert werden können. Und das ist ganz interessant, dass es da wirklich konträre Aussagen, Empfindungen gibt. Und genau diese Aussage des Bundesamtes kann man nachvollziehen, aber das muss nicht der Wahrnehmung von so manchem zukünftigen Gründer einfach entsprechen. Der sagt, okay, ich will einfach, wenn ich klein bin, für mich selber, das kriege ich hin, die Aufträge reinzuholen, das Ganze zu organisieren. Und ich muss auch weniger Geld bewegen, weniger Geld reinholen, habe geringere Kosten. Das macht es einfacher zu kalkulieren und so weiter. Und ja, dass das Arbeitsausfallthema zum Beispiel zu einem höheren Risiko führen könnte, das wird dann nicht wahrgenommen. Finde ich ganz interessant, so diesen Kontrast. Ein anderer Punkt, den ich sehr gut natürlich auch nachvollziehen kann, Das ist die Flexibilität. Ohne Mitarbeiter kann ein Selbstständiger einfach flexibler auf Marktveränderungen und auch auf persönliche Bedürfnisse reagieren. Wenn dem irgendwas nicht gefällt, irgendwie, ich verändere mal was, dann kann er es dann eben tun, ohne Mitarbeiter einbeziehen zu müssen. Und es gibt einfach ihm mehr Freiheit bei der Gestaltung seines persönlichen Arbeitsalltags. Da redet keiner mit und da ist auch keiner über Veränderungen verärgert oder sowas. Und auch der Punkt Vermeidung von Verantwortung, von Führung. Mitarbeiter, die bringen zusätzliche Verantwortung mit, wie Personalmanagement, Konfliktlösung, die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften. Und richtig lästig wird es, wenn es dann irgendwie Probleme im Team gibt, die dann zu lösen sind. Da spricht so mancher Unternehmer dann auch davon, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie Kindergärtner oder sowas. Und viele wollen das nicht. Vielleicht auch aus der alten Anstellung heraus, die das miterlebt haben, haben gesagt, nee, also in so einer Konstellation mit so einem Team will ich nicht. Ich will für mich alleine arbeiten. Auch ein Punkt ist die Vermeidung von Bürokratie. Das Einstellen, die Verwaltung von Mitarbeitern, das erfordert zwangsläufig Verwaltungsaufwand, wie zum Beispiel die Lohnabrechnung, Personalakten, die Erfüllung rechtlicher Anforderungen und so weiter und so fort. Da gibt es einen Haufen Kram zu beachten. Und wenn man das vermeiden kann, der eine oder andere tut das gerne. Und das auch für den Preis, dass er halt ein kleineres Rad dreht, sehr gerne. Und er kann sich dabei auf, das ist der nächste Punkt, dann Kernkompetenzen fokussieren. Also ohne Mitarbeiter kann sich der Selbstständiger stärker darauf fokussieren, was er kann, was er tun will. Zum Beispiel die direkte Arbeit mit dem Kunden sehr häufig. Anstatt Zeit und Energie in die Personalführung zu investieren. Also all die Sachen, die wir vorher auch besprochen haben, das frisst natürlich auch Zeit und liegt möglicherweise nicht dort in der Ecke, wo er seine Stärken hat. Und er will einfach seine Stärken ausleben. Und gerade im Franchise, wo die ein oder andere Schwäche des Unternehmers ja durch die Systemzentrale ersetzt wird, könnte man sagen, oder übernommen wird. Da kann jemand sich ja noch mal mehr, wenn er es zu sich passende Konzept findet, eine spannende Aufgabenstellung finden, wo er Tag für Tag vor allem im Bereich seiner Kernkompetenzen unterwegs ist. Und für manchen bedeutet das halt auch, dass das ohne Mitarbeiter sehr viel einfacher ist. Ja, Selbstständige haben die volle Kontrolle über ihr Unternehmen. Das passt eigentlich zum Punkt, den ich vorher auch hatte mit der Flexibilität. Auch einen Strategiewechsel beispielsweise zu sagen, okay, ich verändere jetzt mal ein bisschen was von Zielgruppe, von der Art, wie ich die Sachen angehe oder sowas. Wenn da Mitarbeiter dabei sind, die ihre eigene Meinung und ihre Arbeitsweisen mit reinbringen und die vielleicht Widerstände gegen Veränderungen aufbauen, das kostet auch Kraft. Und das ganze Unternehmen so zu kontrollieren und Veränderungen, Strategiewechsel und so weiter einzuführen, das gibt jemandem das Gefühl, eine volle Kontrolle zu haben über das Unternehmen, was dem einen oder anderen in seinem Wertesystem super wichtig sein kann. Ja, und das zusammengefasst ist im Grunde persönliche Präferenz. Also einige Selbstständige, die bevorzugen es einfach, alleine zu arbeiten, sei es, weil die Arbeitsweise für sie einfacher ist, weil das Arbeitsumfeld für sie einfacher ist, zum Beispiel auch im Homeoffice oder Ähnliches. Oder einfach, weil sie, wenn sie für sich brütteln können, sehr konzentriert arbeiten können, mit wenig Unterbrechungen, zum Beispiel durch Mitarbeiter oder oder oder, dass dann die persönliche Arbeitszufriedenheit oder die persönliche Zufriedenheit insgesamt steigt und sie zufriedener abends zu Hause mit ihren Kindern, mit ihrer Familie sind, weil tagsüber sie mehr in ihrem Flow waren, wie sie es mögen. Sie können ihr Leben so gestalten, wie sie es wollen. Wichtiger Leitspruch ja auch für uns, wenn wir versuchen, Menschen in die Selbstständigkeit zu bringen. Jeder hat das Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er es mag. Und für manche ist es die Selbstständigkeit, für manche im Franchise und für manche ohne Mitarbeiter. Und dann gibt es noch einen Punkt, den habe ich so rausgehört, der so ein bisschen losgelöst von den anderen ist. Das ist nämlich das Thema zweites Standbein. Manche, die möchten sich etwas aufbauen, das auch alleine funktioniert, während sie sich zum Beispiel tagsüber um ihr erstes berufliches Standbein kümmern. Und das sind dann so Konzepte, so Automatenkonzepte oder Selbstbedienungskonzepte oder ähnliches, wo man sowas dann ganz gut hinkriegt, dass man da morgens, abends vorbeifährt, irgendwas auffüllt, guckt, ob alles noch so funktioniert, sauber hält und Co. Wo aber die eigentliche Tätigkeit zum Beispiel digital funktioniert und man nicht selber vor Ort irgendwas dem Kunden liefern überreichen muss und die eigene Zeit dann in dem Moment gebunden wird. Ja, ad hoc fallen mir so aus meiner Sicht die klassischen Optionen ein, zum Beispiel eben genannte Automatensysteme, kleine automatenartige Selbstbedienungsmärkte wie zum Beispiel Michaela von Kastelkreisler, die hatte ich auch im YouTube-Video, die mir erzählte, dass sie halt Hüttenwirtin ist und das dann noch dazu gemacht hat, im ländlichen Raum, auch aus einem persönlichen Antrieb heraus, die Infrastruktur in diesem ländlichen Raum in Österreich zu verbessern. Da kommt noch ein starkes eigenes Motiv dazu für die Region und ja, sie hat sich dann mit Kastelkreisler so einem Selbstbedienungs-Supermarkt selbstständig gemacht, neben ihrer Hüttenwirtin-Tätigkeit. Und das würde ich mal in die Rubrik so automatenartige Konzepte legen. Dann gibt es zum Beispiel personallose Fitnessstudios oder andere Dienstleistungen, wo ich hingehen kann, wo ich mich halt durch ein Drehkreuz reinbegebe sozusagen und dann einfach mein Ding als Kunde machen kann, ohne dass da jemand vor Ort sein muss. Oder auch so Ein-Person-Handwerksbetriebe, wie zum Beispiel der eben erwähnte Michael von Steinfresh, der das sehr, sehr gerne alleine macht, der für alles selber verantwortlich ist und eben auch die Steine reinigt und aufbereitet und saniert und so weiter und genauso die Büroarbeit macht. Und dann gibt es noch natürlich die Beratungs-Coaching-Konzepte, wo man als One-Man-Show unterwegs ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel Patrick von, oder Patrick von Enadomo, der auch in YouTube mir erzählt hat, wie er sich selbstständig gemacht hat, aus einer Führungsposition im Konzern kommt und dann dieses kleine, ja schon leistungsstarke mit der Systemzentrale, aber für sich mit Kunden, die er mag, im direkten Dialog, statt früher mit sehr unangenehmen, sehr viel Druckkontakten und so weiter zu sein. Da gibt es auch einen ganz interessanten Einblick, dass er dann in dieser Energieberatung, in dem Fall für Häuser, als Fachmann gerne alleine unterwegs ist, aufkreuzt und das Ganze macht und sich die Unterstützung des Franchise-Gebers mit reinholt für die ganzen Innovationen, Technik und Co. Ja und garantiert gibt es noch viel mehr Optionen und da möchte ich euch bitten, nennt sie mir bitte, sendet sie mir per Mail steffen-at-franchiseportal.de, wenn ihr ein solches Konzept habt. Hauptsache man kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen, ohne Mitarbeiter haben zu müssen. Egal ob das ein Konzept ist, das per se ohne Mitarbeiter funktionieren soll und muss oder ob man erst später, wenn man möchte, dann Mitarbeiter hinzunimmt. Alles, was ein Staat mit Deckung des eigenen Lebensunterhalts und zufrieden verdienen, so möchte ich es mal nennen, alles was das ermöglicht, nennt es mir gerne, schickt es mir per Mail an steffen-at-franchiseportal.de. Und ich möchte daraus eine E-Mail oder irgendeine Liste zusammenstellen, ob per Mail weiß ich noch gar nicht genau, aber eine Liste, die ich dem potenziellen Gründer dann zukommen lassen kann mit solchen Ideen, dass er dann im Zweifelsfall Kontakt aufnehmen kann. Auch wenn ihr diese Mail jetzt erst, wir schreiben Sommer 2024, wenn ihr die erst nach eurem Urlaub lest oder diese Podcast-Episode erst danach hören solltet. Wir werden die Liste also sehr gerne stetig erweitern, also nennt mir dann auch gerne nachträglich noch euer Konzept, das personallos umgesetzt werden kann. Übrigens, die YouTube-Gespräche, die ich jetzt gerade so genannt habe, Michaela, Michael Steinfresh-Kastel-Greisler oder auch Patrick in der Domo, die sind tatsächlich allesamt überdurchschnittlich gut auf meinem YouTube-Kanal losgegangen. Also die haben einfach Abrufzahlen ohne Werbung oder irgendetwas generiert, die überdurchschnittlich waren und daraus schließe ich einfach, und so ist auch der Gedanke entstanden, personallos zieht. Und da sollten wir die Leute noch mehr an ihren Bedürfnissen greifen und versorgen mit Informationen, damit sie auf die Idee Franchise auch kommen können oder auch Lizenz. Und ja, gerne erstelle ich mit eurem Franchise-Nehmern auch ein YouTube-Porträt in dieser Art, sei es personallos oder nicht. Wenn ihr jemanden habt, der charismatisch über seinen Job, über seine Gründungen erzählen mag und da einfach eine Story hat, mit der andere Menschen andocken können, wie zum Beispiel, oh guck mal, der hat sich selbstständig gemacht ohne Personal. Dann lasst es mich wissen, nebenbei bemerkt, weil manchmal ein anderer Eindruck entsteht, also die Produktion von diesen YouTube-Videos ist kein Geschäftsmodell für mich. Ich verdiene damit kein Geld, das irgendwie in Form von Gewinn bei uns hängen bleibt, sondern ich arbeite einfach mit Produktionskostendeckung. Deswegen zahlen Franchise-Geber Franchise-Systemzentralen Geld für die Produktion, damit ich die Kosten gedeckt bekomme mit einem sehr professionellen Kamerateam, der normalerweise in einer ganz anderen Liga arbeitet. Dadurch, aus meiner Sicht, entstehen da besonders schöne, hochwertige Videos und ich besuche mehrere Franchise-Nehmer an einem Tag nacheinander, um eben auch solche Projektkosten, Tagessätze und so aufteilen zu können auf die Projektpartner. Das am Rande, wenn ihr da jemanden habt, lasst es mich gerne wissen. Nach dem Sommer geht es wieder los, die nächste Runde YouTube-Porträts wird gedreht. Und bis dahin freue ich mich über euer Handzeichen, wenn ihr ein Konzept habt, das man sehr gut personallos starten kann, damit ich damit die potenziellen Gründer versorgen kann und auf Franchise aufmerksam machen kann. Damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut, genießt den Sommer, wenn ihr es jetzt gerade frisch nach Veröffentlichung hört und bis bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.